Servus und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde, ich wurde gerade in die Aufnahme gezwungen, denn ich wurde angegriffen von einem Mob. Ich habe mich einfach angegriffen. Pilze! Im nächsten Part haben wir uns beschäftigt mit Pilzen und einem Asmo. Guckt es euch selber an, falls ihr wissen wollt, was mit diesem Asmo auf sich hat. Pilz, Pilz, Pilz. Scheiss, der Blaupilz hier, hol ich mir mal ganz kurz diese Scheiße. Ah, Mann. Jawoll. Easy. Wo ist der Asmo? Da hinten seiner. Der Asmo oder der Pilz? Ein Pilz. Ein Pilz. Ach ja. Ich habe den noch einen HP reingeholt. Ja, ich glaube sogar ich hatte die schon. Das sind 5 Sterne Mob. Du kriegst mal Hilfe von mir. Wo ist der Pilz? Hinter dem. Steht der noch? Der ist auch tot. Da ist noch ein Pilz. Pilz. Oh, da ist einer. Der will den Pilz. Der ist vorbei gerannt. Das ist kein gültiges Ziel. So, 10. Das ist genauso wie mit den Fallen, ne? Die geben am meisten EP, aber ist auch am schlimmsten. Der Boss müssen wir machen, ne? Die Horre. Ja. Nico? Ich komm zu. was sucht denn und bibliothek des wissens hält und hält hier und dd ab mal hier und hängt wir haben eben einfach mal auf gut glück gesucht wir haben gar nicht nach explizit gesucht jetzt redet vollkommen warum war das ein pilz ich dachte warum rassel jetzt schon wieder so kreis man ich habe gerade hunger auf pilze für die waffe brauche ich die anderen mann habe ich hier noch irgendwas zu essen irgendwas in der griffreichweite was wollte zu sagen davor in armen bereiten hier ist ein pilz ich finde die pilze sehen irgendwie schön aus wir haben wir heute erst donnerst donnerst du hast du denn ich habe irgendwie mit samstag schon ich habe gerade auch noch ob gemacht ich stelle mir das so ekelhaft als templar wieder vorne das ist das ist wirklich well played besonders alleine stimmung vor du kriegst so viel der mensch also da würde ich wirklich sagen dass die quest die acht und drei sechs und drei stunden pausierungszeit für den templar ausreicht mit drei millionen ip dann ich bin fertig geil endlich eine quest templar zwei stunden gebraucht ja warum die ist wiederholbar wie lange habe ich zeit dafür 36 stunden erstmal ausruhen jetzt geht es ab hier oder die gruppen wieder für den templar ist das wirklich erholungsdacht das ist bestimmt bestimmt bedacht ich finde aber auch ein bisschen ich möchte jetzt ich möchte es nicht um groß rum meckern aber ich finde ein bisschen die die klassen sind ein bisschen unausgeglichen einzeln ich bin also nicht nur ein templar alleine schwer auch ein gladiats alleine schwer auch ein ass allein also kommt ja die ja ein glatt war noch ja aber ich finde gladiats auch noch schwer vor allem wenn man glatt kaum equip hat ja aber trotzdem man hat hiel hiel ja aber hat nichts aber was bringt dir ein hiel hiel wenn du kein damage machst da hängst du trotzdem genauso ewig lange ich rede jetzt nur davon wie lange du da dran hängst ich mein mage kann diese mobs kaputt hauen ein klerik kann doppelt die kaputt hauen weil er dann auch noch heal dazu hat das ist noch ein bade ist auch extrem 4 gana ist auch nicht unbedingt gut oder was sagst du zum gana ist gana ist jetzt nicht gana ist jetzt nicht unbedingt so martin schlecht aber auch nicht besonders gut ich habe mir ja selber im letztlevel gemacht da ist nicht so begeistert gut könnt ihr euch ja noch angucken wenn es mal rauskommt genau ja im moment ist es mit meinem internet auch gerade steht es nicht gut wenn ich wenn ich mit einem wort mein internet beschreiben würde würde ich sagen intensivstation alles klar und ja es wird daran gearbeitet in den nächsten tagen und ich glaube da wird auch ein bisschen mehr rauskommen wenn dann wieder alles frisch im schritt ist und ja ja ich habe hier noch ein mob toll alter du stück dreck alter hat er denn den pilz weg geblutet ja gg war das ein regenbogen? den habe ich noch gar nicht gesehen lol lol ah so ich hoffe die pilzquiz ist wiederholbar ich hoffe die pilzquiz ist auch wiederholbar ich hoffe die pilzquiz ist auch wiederholbar ich hoffe die pilzquiz ist auch wiederholbar 38 Stunden warten mh kann ich nicht auch noch einen ja ja gut auf dem Rücken holen wir uns dennoch war alles ausgerechnet dann kommt da der blöde Tipp der hieß Gustav glaub ich ja 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 was ist der? Gustav Gans 1000m scheißplagen ja oh man wenigstens ich gehe noch so weg und dann kommt der angelaufen so hey babe so wir mal gucken ob die pilzquiz wiederholbar ist bestimmt 38 Stunden hm ach setz da mal blauerpilz ach geschafft ja sag ich doch 38 Stunden immer wieder annehmen oh mal kurz im Rücken kratzen kratzen oh ja so besser oh krass es war zu hart es tut weh ich muss ein bisschen reiben mhm bah so was haben wir denn jetzt hier noch ach 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 seltsamer rotpilz dieses seine erstmal hochgehen und mal investieren investieren was steht bei dir da in der beschreibung du hast ja deutsch die gruppen investieren so sport investieren und das er konnte das sagen im tages nicht das schwarzpilz teil im tageslicht also hat deswegen nirgendwo eigentlich nicht wie was haben wir 8 uhr morgen geil 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 wir können es im tageslicht alles klar das war gerade ein verzweifungsschreien oh ich hab's schon was wir jetzt machen jetzt müssen wir da hin oh lol erkundet im tageslicht das schwarzpilz teil das habe ich gerade aktualisiert bekommen glaube ich oder? ne das ist das weitere aber ich muss jetzt hier was killen ne? echt? diese quest hast du die jetzt auch? ja bei mir wird es zumindest angezeigt na gut zehn stück chillig oder? vor allem diese kleinen würmchen da ne? ne? vor allem die würmchen die man die sind überhaupt nicht nein da ist ja was drin gewesen ne? noch nix drin da teppich hier auf einmal alles an ne? gut das glaubst du wie lange Arjen 5.0 schon fertig war lol so ein riesen piech kommt da noch raus ist klar 10 Mobs für 26 Mio. ist doch Wurf. Wie für 26 Mio.? 26 Mio. Gibt die? Ja. Das ist geil. Aber haben wir die jetzt angenommen oder haben wir die bekommen, weil wir hier einfach herkamen? Die haben wir angenommen gehabt. Das war irgendwie komisch. Ja, aber wo denn? Das war eine Gruppenquest am Anfang von Dings. Ne Gruppen? Ne Weekly ist das. Kann man die jede Woche... Ich erkunde jetzt mal jede Woche dieses Pilzgebiet. Das sieht immer noch gleich aus. Ich mein 10 Mobs, 26 Mio. Heute ist wieder der Falle. Diese Möpschen. Was ist denn da mit ein riesen Viech? Das wird grad gemacht. So eine eigene Ebene hat jetzt immer so einen eigenen Boss. Ja, aber gut. Ey, ist mir nur grad aufgefallen. Ja, deswegen lackt sie auch so. Was? Ja, ich habe ja eben gesagt, ich habe ein paar Rucks, ja. Aber was hat denn das mit den Lacks zu tun? Ja, und die ganzen Effekte von denen an ihren Skills? Ja, ich habe die doch aus mittlerweile. Ich habe die angemacht, da nicht so viel los war. Kannst mal healen. Gleich. Also, ja, sorry. Oh, wie siehst du da nicht so, oder wie? Ja, dann sind sie irgendwie gezogen. Fertig. Das ist wirklich ne, das ist wirklich... Die heißt Frühaufsteher. Oder ist das die nicht? Nee. Verrottete Poren. Leften. Asmo! 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 Äh, ja. Huh, knappe Kiste. Äh, was brauchen wir hier noch? Oh, ich weiß es nicht. Da vorne. Hier. Schwarz. Schwarzpilz. Nuten? Keine Ahnung, was es ist. Ja, mehr Pilze. Geil, wir brauchen nur einen davon. Oh, Gott sei Dank. Und wie viel gibt die? 26 Millen. Na gut. Gruppe. Okay, dafür haben wir jetzt eine Gruppe gebraucht, Nico. Dafür haben wir auf jeden Fall die Gruppe gebraucht. Ja, ich war jetzt ein bisschen Partner. Ähm, brauchen wir hier noch was? Irgendwie brauchen wir überall immer noch was, aber die Quästen sind irgendwie unübersichtlich, habe ich das Gefühl. Die sind extrem unübersichtlich. Ich möchte jetzt nicht übermeckern, ne, haben sie eine gute Arbeit geleistet. Aber, ähm, Pilzgebiet sieht schön aus. So. Ja, hier ist schön, ne? Hier ist schön. Kein Leben. Auch bei euch meine Häuser. Auf einer einsamen Insel. Mit drei verschiedenen Pilzsorten. Wir brauchen den dicken da noch, aber den schaffen wir nicht. Ja, wie willst du denn machen? Das ist komplett broken. Ja, wir haben sogar zwei. Gefällt mir. Die dürfen wir mittwochs annehmen wieder. Toll. Hm? Jeden Mittwoch sollten wir annehmen. Oh, wir müssen noch was machen. Erkundet im Tageslicht das Schwarzpilztal. Schon wieder? Ja, gut. Daylight. Daylight. Der steht hier. Achso. I'm gonna be daylight. Hm. Entschuldigung. Ich will das equiptissen. Wir haben gerade 9.45 Uhr. Hm. Oh. Sie. Oh, hier sind wir. Ähm. Ähm. Äh. Äh. Findet heraus, warum die Sporen. Äh. Äh. Das ist der Boss. Ähm. Ne, oder? Ach man. Äh. 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 Toll. Ja. Das bringt doch eh nix gerade. Ja, an der Stelle ist es auch perfekt den Part zu beenden. Jo. Und wir sehen uns morgen frisch wieder in der nächsten Folge. wenn es heißt way to the diamond iron level 75. Wir kommen. Wir kommen immer ein Stück näher. Je weiter wir näher kommen, desto freund, desto freundlicher werden wir. Ähm. Das nehmen wir noch ganz kurz mit. Mhm. Ähm. Verstehe gar nicht. Warum müssen wir die killen? Ich verstehe das nicht. Ja. Diese, diese Größe, also die Großen, bevor die da rauskommen. Ja, aber bei mir aktualisiert sich dann nix. Aber doch. Echt? Nein. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Vielen Dank.